Bildrahmen. Ja, steht. Wunderbar. Gut. Justus, warst du oft damals im Kino als Jugendlicher? Ja, auf jeden Fall. Also als ich dann angefangen hatte, so diese interessanten Filme zu entdecken, bin ich da zu der Tür. Und wenn die Menschen angesteckt werden, natürlich, bitte, das hast du ja gesehen. Jetzt ist ja alles von der Brüse am Fasseländigen. Ach so, ja, ist das gefährlich, oder was? Ja, keine Ahnung. Wunderbar.